Moinsen, ihr Flitzpiepen, ihr flauenbärtigen Lumpen, ihr Schiffsschaukelbremser und alle, die nicht so genannt werden wollen. Ich bin der Cubis Erklärbär und das hier ist ein Cubis Quick-Tip. Ja, und zwar jedes hier unten um dieses kleine Häkchen, hier der Aufnahmelatenz berücksichtigen. Da habe ich in letzter Zeit in diversen Internetforen oder auch Facebook-Gruppen diversen Unsinn drüber gelesen und gehört. Es wurde mir zugetragen, da scheint es wohl irgendwie mehr gefährliches Halbwissen als Wissen zu geben. Und auch von Leuten, von denen man vermeintlich ausgehen könnte, dass die da besser Bescheid wissen, das nur am Rande. Ja, was macht das Ding in hier, beziehungsweise was für einen Unsinn habe ich da alles gelesen? Nein, der größte Unsinn ist, wenn man dieses Häkchen entfernt, dann würde der automatische Latenzausgleich, der in Cubis hervorragend funktioniert, ausgeschaltet. Totaler Blödsinn. Du kannst in Cubis nirgendwo den automatischen Latenzausgleich, der also die Treiberlatenz, die wir im Buffer einstellen können, durch Plugins, bla bla bla, habe ich ein sehr schönes Video dazu gemacht. Das verlinke ich euch hier oben, irgendwie Latenzen beim Recorden vermeiden. Schaut euch das an, da geht es im Detail um dieses Thema. Nein, das können wir mit diesem Schalter hier nicht ausschalten. Dieser Schalter hat auch nichts mit hier oben links in der Ecke dem Verzögerungsausgleich einschränken zu tun. Das ist auch was anderes. Wird auch in dem von mir eben genannten Video ausführlichst erklärt. Was macht dieses kleine Schalterchen? Das noch dazu. Es steht auch im Handbuch eher etwas kryptisch. Ich zeige euch das kurz. Hier steht, Aufnahmelatenz berücksichtigen. Was schreibt Cubis, also Steinberg da, im Handbuch? Wenn diese Option aktiviert ist, werden beim Aufnehmen die Plugin-Latenzen berücksichtigt. Das stimmt so nicht. Weil die einzigen Plugin-Latenzen, die da berücksichtigt oder nicht berücksichtigt werden, sind Plugins auf den Input-Kanälen. Ich habe das jetzt mal hier ganz plakativ gemacht. Das ist der Mono-In, über den wir gleich das Signal bekommen. Und da habe ich einen ProQ3 drauf im Linear Face und dann auch noch im High-Mode. Und dann sehen wir hier bei der Kanallatenz, dieses Plugin erzeugt 209 Millisekunden Latenz. Dieses Plugin, meine Treiber-Latenz, die wird uns ja hier angezeigt. Eingangs- und Ausgangslatenz, wollen wir nicht päpstlicher sein, das ist ja Papst. Irgendwann um 26, 27 Millisekunden Roundtrip Latency. Kurz erklärt, wie der Testaufbau hier ist. Ich habe den Ausgang meines Audio-Interfaces mit einem analogen Kabel, mit dem Input meines Audio-Interfaces verbunden. Und quasi das, was jetzt hier gleich ertönt, das ist ein Klick, den ich rausgerendert habe, wird also aus dem Output direkt wieder in den Input meines Audio-Interfaces reingespielt. Und dann muss ja eigentlich das aufgenommene Signal zeitgleich hier mit dem Klick ertönen. Wir probieren das aus. Kleiner Tipp am Rande, vorsichtig mit Output und Input mit dem Kabel verbinden vom Audio-Interface. Da könnt ihr euch eine fiese Feedback-Schleife basteln. Damit ihr nicht in die Gefahr geratet, eure Lautsprecher oder Kopfhörer zu zerschießen, könnt ihr entweder den Kopfhörer aus dem Interface rausziehen und die Lautsprecher ausschalten. Bessere Methode, den Kanal, auf dem wir das aufnehmen wollen, die Spur, schicken wir auf keinen Bus. Dann kann nämlich, wenn wir aus Versehen hier auch den Monitorschalter gedrückt haben, kommt das aufgenommene Signal nicht wieder auf den Output von Cubase. Deshalb ist dann in dem Moment keine Feedback-Schleife zu befürchten. Aber wer sich damit nicht auskennt und so, vorsichtig sein. Also, wir haben das Häkchen gesetzt, bei Aufnahmelatenz berücksichtigen. Und dann gucken wir uns mal an, was passiert, wenn ich jetzt eine Aufnahme mache. So, sind wir uns alle einig. Das ist schön synchron. Und jetzt schalte ich dieses Häkchen einfach mal aus. Wir berücksichtigen die Aufnahmelatenz jetzt nicht. Übernehmen und OK drücken. Und wir machen eine erneute Aufnahme. Huch, was ist denn hier passiert? Wir sehen, es ist zeitversetzt. Und wenn wir das jetzt mal grob messen, sehen wir hier oben die Länge des Bereichs, den ich jetzt hier mit dem Auswahlbereichswerkzeug eingezeichnet habe. Es sind genau 209 Millisekunden. Und das ist die Latenz, die das Plug-in der ProQ3 in den Einstellungen hier erzeugt. Wohlgemerkt, ich habe hier nichts eingestellt in dem ProQ3, sondern nur die Arbeitsweise auf Linear Face und dann noch High eingestellt. Also, der verändert nicht das Signal. Jetzt könnte ja einer meinen, okay, das betrifft dann aber alle Plug-ins. Nein, es ist nur das verdammte, der scheiß verdammte Input-Kanal, über den wir aufnehmen. Wenn da Plug-ins drauf sind, dann wird das mit diesem Schalterchen entweder berücksichtigt oder nicht. Das zeige ich euch. Wir schalten dieses Plug-in aus. Da auch wieder. Mein Gott, wie oft muss ich das in irgendwelchen Foren lesen? Bypass ist nicht Plug-in ausgeschaltet. Ihr seht das. Immer noch eine Plug-in-Latenz hier in der Kanal-Latenz-Anzeige. Ihr müsst das Plug-in hier ausschalten. Dann ist es wirklich deaktiviert. Oder wir gehen auf den Bypass-Schalter mit gehaltener Alt-Taste und klicken drauf. Dann ist es auch tatsächlich deaktiviert. So, jetzt schalte ich die ganzen anderen Kandidaten hier mal ein. Das sind auch alles ProQ3s. Und wenn ihr euch das Video mal anguckt, was ich euch eben empfohlen habe, dann wisst ihr, die müssten wir jetzt eigentlich addieren. Dann kommen wir auf die komplette System-Latenz mit Plug-ins, mit Treiber und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt weit über eine Sekunde. Wir haben nach wie vor das Häkchen nicht gesetzt. Es ist aber auf dem Input-Kanal kein Plug-in mehr aktiv, was eine Latenz erzeugt. Und jetzt machen wir wieder unsere Testaufnahme. Und wenn das jetzt so wäre, wie manche Leute falsch behaupten, dann müsste das Signal der EC fast eine Sekunde verzögert sein. Dann ist es aber nicht. Es landet genau am richtigen Fleck, wie wir das hier sehen. Also, falls euch jemand nochmal was Gegenteiliges erzählt, dieses Schalterchen hier kümmert sich nur um Plug-in-Latenzen, die auf einem Input-Kanal entstehen. Dann würde ich sagen, haben wir die Sache hier auch geklärt. Ihr wisst, was kommt. Hautschlag rein. Trinkt euch noch ein Bier und locker bleiben.